Hey Leute, da sind wir wieder, Lords of the Fallen und heute machen wir weiter mit Komplettlösung Teil 8, Lords of the Fallen, alle Sammelgegenstände. Ja und die schnappen wir uns heute, alle Sammelgegenstände und vor allem machen wir die Byron Quest, die wirklich hochkompliziert ist und die man sehr sehr leicht verkacken kann. Freunde, passt also gut auf und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, freut mich, wenn ihr das Video hart nach oben pusht und ein Däumchen da lässt. Das wäre auf jeden Fall super, um das Video noch ein bisschen zu pushen, damit es vielleicht auch andere sehen. Ja, wir starten hier vom Checkpoint aus, wo wir auch letztes Mal losgelaufen sind, beziehungsweise geendet haben und hier das Wasser abgelassen haben mit diesem Hebel. Und wir gehen jetzt hier einmal rüber, die Planke können wir nämlich runterstoßen und gehen dann hier einmal komplett durch. Da kommt dann auch schon gleich der erste Dude auf uns zu und ja, den hauen wir natürlich direkt einmal um oder bekämpfen ihn mit Fernwaffen, gehen dann einfach geradeaus weiter und dann kommen hier noch ein paar Gegnerchen. Die schlagen wir natürlich eine mit unserem Hammer drüber oder was auch immer ihr sonst für Waffen habt. Dann können wir hier in der Ecke hinter den Kisten, da ist noch eine Truhe, die können wir nämlich einsammeln. Da versteckt sich hier noch ein Hund und da könnt ihr hier die Truhe öffnen. Ja, was da drin ist, habe ich leider gar keine Ahnung mehr, denn bei mir ist natürlich wieder abgestürzt. Aber okay, es ist nur eine kurze Zeit gewesen, zum Glück. Deswegen gehen wir hier hinten lang, einmal durchs Gitter durch und dann kann ich euch wieder alle Gegenstände zeigen. Wir gehen nämlich einmal hier hoch und kommen hier oben an. Dann auf der gegenüberliegenden Seite, da ist so ein Feuermagier, dem würde ich euch empfehlen schon mal direkt platt zu machen oder runter zu ziehen, weil der ist sonst nämlich ziemlich nervig und schießt euch die ganze Zeit von oben ab. Ja, macht den auf jeden Fall platt, zieht den irgendwie runter oder bekämpft ihn vielleicht mit Wurfwaffen. Er hat noch ein Schild an und erledigt das hier erstmal. Bevor ihr weitergeht, macht ihr hier natürlich alle Gegner platt. Ihr seht, da kommt dann auch schnell noch einer und schießt euch die ganze Zeit ab. Aber ja, macht ihr erstmal alles fresh, was es hier zum fresh machen gibt. Und dann, wenn ihr alle Gegner erledigt habt, ist es ganz wichtig, dass ihr in die Welt der Untoten wechselt und hier auch nochmal komplett aufräumt. Denn hier können wir uns jetzt eine richtig gut versteckte heilige Quintessenz holen. Die ist nämlich da unten, da seht ihr das schon leuchten. Und das Dumme ist, dass man da runterfällt und direkt stirbt, wenn man es nicht richtig macht. Ihr müsst wirklich kurze Zeit vor dem Abgrund abspringen, um überhaupt da runter zu kommen. Super Mario-mäßig müssen wir da reinjumpen. Und ja, Freunde, das ist echt ein bisschen tricky. Wie gesagt, ihr müsst echt kurz vor dem Abgrund, kurz bevor die Blanke endet, quasi abspringen, damit ihr genau in diesen Bogen da reinkommt. Ich habe es auch bestimmt drei, vier Mal versucht, bin da jedes Mal gestorben. Aber es lohnt sich eben, heilige Quintessenz natürlich immer super. Wenn wir die dann haben, können wir nämlich hier die Leiter weiter hochgehen und kommen dann hier oben bei dem Magier raus. Den hauen wir eben noch eine über und dann gehen wir direkt weiter hier durch den Gang hindurch. Und dann können wir hier hinten am Ende noch so etwas finden. Das nehmen wir natürlich einmal mit. Und dann gehen wir hier weiter, indem wir hier den Gang quasi nach unten fallen. Ja, jetzt sind wir hier unten, hauen hier einmal den Dude um und schnappen uns hier hinten natürlich noch ein Gegenstand. Ist ein Ring, den können wir natürlich immer gut gebrauchen für unsere Trophy. Ja, das Game müsst ihr so oder so zweimal mindestens durchzocken, um wirklich alles zu bekommen, Leute. Das nur noch mal als Info. Und ja, hier haben wir den schönen Ring. Das ist dieser hier. Und der erhöht quasi die Anzahl der Flaschen und Granaten, soweit ich weiß, und auch den Schaden. Und das ist eigentlich ja gar nicht schlecht. Gehen wir hier weiter. Dann auf jeden Fall hier links um die Ecke den Hebel ziehen. Ganz wichtig, damit unten das Tor aufgeht und wir dann eine Abkürzung frei haben. Falls wir wirklich mal sterben sollten, können wir nämlich hier ganz einfach wieder hingehen. So, Tor ist auf. Wir können aber hier oben noch was holen. Nämlich, wenn wir hier gucken, sind wir hier erstmal wieder auf der anderen Seite. Da auf jeden Fall nicht runterspringen. Ganz wichtig ist aber, dass ihr jetzt in die Welt der Untoten wechselt. Und da können wir jetzt nämlich den Sonnenschlüssel holen. Und der ist natürlich super wichtig, denn der öffnet ja eine geheime Tür. Und den nehmen wir uns hier hinten einmal mit Schlüssel des sonnenlosen Strangs. Den brauchen wir. Damit können wir nämlich später noch eine Tür öffnen. Zeige ich euch aber natürlich noch alles. Wenn wir das erledigt haben, gehen wir hier erstmal die Leiter runter. Und ja, wir können jetzt hier noch was einsammeln, kurz bevor wir die Gittertür öffnen. Und das ist die Karte. Und ja, die nehmen wir natürlich mit. Gehen hier erstmal weiter. Hier ist dann noch eine Tür. Die geht aber von dieser Seite nicht auf. Die machen wir von der anderen Seite später auf. Und gehen dann erstmal weiter hier durch. Hier gibt es jetzt nichts mehr Großartiges zu holen. Einfach weiter durchlaufen. Und hier dann die Gegner platt machen. Die dann quasi jetzt hier um die Ecke kommen. Und ja, da kommt schon der erste. Machen wir den eben platt. Und da links um die Ecke, da ist wieder so ein Feuerschütze. Und den erledigen wir natürlich auch noch. Den könnt ihr natürlich hier so ein bisschen anlocken. Könnt aber auch einfach hingehen und den umklatschen. Bam. Kriegt er eine. Und dann ist er eigentlich erledigt. So, wenn wir das gemacht haben, gehen wir weiter. Und dann gehen wir hier, ja, in diesen Bereich. Ihr seht schon. Ziemlich groß. Ziemlich unübersichtlich. Jetzt gehen wir erstmal hier rechts lang. Und hier würde ich euch empfehlen, Setzling zu setzen. Denn hier kommt jetzt direkt der nächste Boss. Und bei dem Boss ist wirklich ganz wichtig, Freunde. Wenn ihr den platt gemacht habt. Und den Dude umgeklatscht hat. Den erledigt habt. Ganz wichtig, auf gar keinen Fall hier durch die Tür durch und den Aufzug benutzen. Auf gar keinen Fall das machen. Weil sonst geht die Quest von Byron entsprechend kaputt. Und ihr könnt die danach nicht mehr lösen. Also auf gar keinen Fall diesen Aufzug benutzen. Hier nicht lang, sondern von eurem Setzling, den ihr dann davor gesetzt habt. Vielleicht hier wieder runter gehen. Da habe ich tatsächlich, bin ich glaube ich da runter gefallen. Schnappe ich mir auf jeden Fall meine Kraft mal wieder. Gehe hier komplett durch. Und ja, den Typ haben wir jetzt um. Der hat natürlich noch ein Schutzschild. Das ziehen wir natürlich erstmal raus. Und dann klatschen wir ihn eben schnell weg. Und ja, das machen wir eben. So, den Dude haben wir erledigt. Gehen dann hier weiter. Ihr könnt jetzt hier schon einen Gegenstand sehen. Den holen wir uns aber gleich noch. Da kommen wir jetzt erstmal nicht dran. Und ja, jetzt ist es hier unten alles voller Wasser. Und wir haben ja den Kanalisationsschlüssel vom Boss bekommen. Deswegen ist wichtig, dass ihr den zuerst tötet. Aber auf gar keinen Fall den Aufzug benutzt. Damit ihr eben den Schlüssel habt. Aber nicht weiter geht. Denn der Schlüssel, mit dem können wir quasi hier das Wasser ablassen. Bevor wir das machen, wechseln wir erstmal in die Welt der Toten. Springen hier einmal runter an der Seite. Hüpfen dann hier rüber. Und können dann hier unseren Weg weiter fortsetzen. Ganz wichtig ist es, dass wir jetzt eben gleich nicht über diese Gitterdinger gehen. Das zeige ich euch aber gleich noch. Ziehen hier erstmal die Statue raus. Zack. Nehmen das Teil hier mit. Und da bekommen wir noch eine Stangenwaffe. Springen hier runter. Und da ist auch schon der nächste Boss. Da unten steht er schon. Ja, und das sind eigentlich normale Gegner. Nur, dass da eben drei Stück von kommen. Fand ich persönlich ziemlich easy. Vor allem, weil sie auch mega Schaden bekommen. Und ja, dann sind die relativ schnell weg. Ihr bekommt hier natürlich noch ein paar Umbral-Reste. Eine Rune und so weiter und so weiter. Schnappt euch das alles. Bekommt ihr ja so oder so. Und dann gehen wir hier rüber. Zieht einfach einmal das Ding hier entlang. Zack. Einmal rübergezogen. Und dann können wir da drüben auf die andere Seite. Ich habe natürlich nochmal gecheckt, ob es hier irgendwas gibt. Gibt es aber nicht. Also weiter auf die nächste Seite. Einmal über die Brücke drüber. Und dann kann es weitergehen. Also einmal hier rüber. Und da können wir dann auch die nächste Statue rausziehen. Und das machen wir natürlich. Ziehen das Ding hier ran und schnappen uns den nächsten Gegenstand. Eine schöne Axt. Und dann gehen wir einmal hier hoch und öffnen diese Tür. Das ist dann nämlich unser Shortcut quasi. Ja, wieder zurück zur anderen Seite. Und jetzt könnt ihr hier über diese Gitter gehen. Das bringt aber wirklich gar nichts, Freunde. Macht das nicht. Das macht gar keinen Sinn. Die brauchen wir nämlich erst später, wenn wir das Wasser abgelassen haben. Deswegen gehen wir hier hoch einfach den normalen Weg weiter. und lassen uns dann von hier oben, ja, da runterfallen. Wie gesagt, die Gitter hier, das führt zu gar nichts. Und das braucht ihr auch wirklich nicht machen. Also einfach hier hoch und dann hier runterfallen lassen. Hier, zack, einmal rüberspringen. Und dann können wir nämlich da hier in die Höhle rein. Und da geht es dann unser Hauptweg weiter. Machen hier erstmal alle Gegner platt. Und dann gehen wir hier, geht es nämlich nach rechts, nach links und da geradeaus. Wir gehen erstmal hier lang. Das ist nämlich der bessere Weg. Da können wir nämlich so oder so eine Runde laufen. Und die anderen Wege bekommen wir auf jeden Fall noch mit. Also erstmal hier durch. Und ja, da können wir hier einmal links gehen. Da liegt noch ein Gegenstand. Den schnappen wir uns natürlich. Hier so ein paar schöne Salze. Und hier den Gang gehen wir jetzt einmal entlang. Macht hier alle Gegner platt. Und geht dann hier einmal durch. Und nehmt euch hier den Gegenstand raus. Ja, und wie ihr seht, kommen wir da runter wieder zu diesen Gittern. Da brauchen wir aber nicht hin. Die Käfige könnt ihr erstmal komplett ignorieren. Also wieder zurück. Und dann eben, da kamen wir ja eben gerade her. Also in die andere Richtung. Hier einmal entlang. Und hier die Treppen hoch. Da geht es einige Treppen hoch. Die geben wir natürlich einmal hier souverän. Souveräner Treppensteiger einmal hier hoch. Und dann machen wir hier den Dude platt. Zack, kriegt er mal eine mit der Keule. Dann geht er direkt schlafen. Nehmt uns hier das kleine Fragment noch mit, was er gedroppt hat. Und schauen mal, was hier hinter ist. Da ist jetzt nichts. Gehen wir also entsprechend weiter. Und dann kommen wir hier raus. Hier könnt ihr natürlich einmal nach rechts gehen. Da gibt es noch, glaube ich, in Kleinigkeit. Und dann ist hier noch eine Leiter. Ganz wichtig, dass wir hier die Leiter natürlich runterkicken. Um hier so einen kleinen Shortcut zu haben. Ansonsten nehmen wir noch das Teil, was wir eben von außen schon gesehen haben. Nehmen das hier einmal mit. Und klettern dann die Leiter nach unten. Ja, Freunde. Und hier gehen wir jetzt geradeaus durch. Also links um die Ecke. Und dann nochmal links. Und dann hängt hier schon so eine Statue. Die ziehen wir einmal ran. Und können uns hier noch was Leckeres abholen. Außerdem gibt es hier hinten noch was. Achtung, nicht gegen die roten Dinger laufen. Die könnt ihr übrigens ranziehen. Mit der Lampe, wenn ihr R1 drückt. Ansonsten nehmen wir uns hier noch die Giftheilung mit. Und passt auf. Giftheilung hier ist nützlich. Weil es hier immer so ein unsichtbarer Bogenschütze ist. Der immer mal wieder auftaucht. Und euch mit Gift abschießt. Der ist ziemlich eklig. Und der kommt ab jetzt auch noch öfter. Ja, deswegen solltet ihr da so ein bisschen gefasst drauf sein. Und jetzt hier von der Leiter aus. Gehen wir eben entsprechend weiter. Jetzt nochmal als Orientierungspunkt. Haben wir wieder die Leiter. Und von hier aus können wir jetzt einmal durchgehen. Ihr könnt den hier natürlich auch anlocken ganz gut. Und den dann eben, ja, um die Ecke eine überziehen. Da waren wir ja jetzt schon drin. Heißt, unsere Runde ist quasi hier schon durch. Wir gehen also jetzt rechts einmal lang. Hier durch den großen Gang durch. Durch die große Höhle. Und da gehen wir einmal durch. So. Dann haben wir nämlich alle Bereiche schon mal abgedeckt. Können jetzt hier durch die Höhle durchgehen. Hier kommen jetzt natürlich noch so ein paar Schergen. Die hauen wir natürlich um. Und gehen entsprechend weiter hier hoch. Und ja, hier oben kommen wir dann raus. Hier gibt es dann die nächste Leiter. Die wir natürlich benutzen. Um einmal hier hoch zu kommen. Und ja, dann sind wir in diesem Bereich. Und da können wir uns theoretisch wieder menschlich machen. Würde ich euch aber nicht empfehlen, erst mal hier hinten lang zu gehen. Das ist der Weg, den wir erst mal machen müssen. Dahinter ist auch noch so ein Kollege. Den hauen wir eben um. Hinter diesen Fässern und Barrikaden. Und dann gehen wir einmal hier hin. Und ihr seht, da ist dann nämlich eine Erinnerung. Deswegen habe ich gesagt, bleibt ruhig in der Welt der Toten. Um euch diese Erinnerung hier ranzuziehen. Um ein paar Umbrallreste zu bekommen. Außerdem liegt hier noch auf dem Altar etwas. Das nehmen wir noch mit. Nämlich eine Säge. Und ja, damit haben wir das hier schon mal erledigt. Es gibt hier hinter dem Altar noch so ein kleines Loch. Da braucht ihr aber nicht runterspringen. Da kommen wir einfach nur wieder zu dem Hauptgang. Geht also wieder zurück. Und öffnet auf jeden Fall hier die Tür. Das ist nämlich die Tür, die wir mit dem Schlüssel öffnen können. Die wir vom Boss bekommen haben. Ziehen dann hier einmal am Hebel. Ja, und damit lasst ihr quasi das Wasser ab. Das ist dann natürlich super. Außerdem nehmen wir hier hinten das Teil mit. Himmlische Fiole. Und können dann wieder theoretisch in die Welt der Menschen zurückgehen. Also die Totenwelt verlassen. Und weiter gehen. Weil jetzt ist nämlich kein Wasser mehr da. Und jetzt könnten wir theoretisch auch hier hinten das Loch benutzen, um wieder hier in den Hauptgang zu bekommen. Wenn ihr das vorher macht, sterbt ihr natürlich, weil da alles voller Wasser ist. Aber im Endeffekt müssen wir jetzt zurück zu dem Hauptbereich. Und ja, da gehen wir auch hin. Hier lag noch irgendwas. Hat wahrscheinlich ein Gegner gedroppt. Ein paar Salze. Gehen dann hier wieder raus. Und dann hier hoch. Und ihr seht jetzt schon, das Wasser ist weg. Die Gitterstäbe, also diese Käfige, sind auch jetzt unten am Boden. Und ja, jetzt macht das Ganze nämlich auch Sinn. Und da müssen wir jetzt einmal hin. Also einmal hier wieder rein in die Höhle, wo wir eben drin waren. Dann gehen wir hier die Leiter nach oben. So, einmal hier dran. Hier hoch gehen. Und dann geht es weiter. Also Leiter hochgeklettert. Hier rüber. Dann den Kerl einmal umgehauen. Und dann hier durchgelaufen. So, da rüber jetzt lang. Dann hier den auch nochmal umgehauen. Und jetzt müssen wir ja wieder in den Bereich kommen. Ja, wo quasi dieser Geisterboss war, der zu dritt angegriffen hat. Jetzt gehen wir nämlich einmal hier die Treppen wieder runter. Komplett entlang. Und kommen dann hier unten wieder raus. Gehen dann hier auf der Seite rechts. Und dann hier durch. Und dann sind wir wieder draußen. Ja, sind wir jetzt hier an dieser Stelle. Da, wo die Gitter sind. Und da springen wir dann einmal drauf. Und hier können wir dann eben jetzt alles einsammeln. Was wir vorher nicht erhalten konnten. Also nehmen wir uns hier die Stellarion mit. Außerdem gibt es da hinten noch ein kleines Ding. Das schnappen wir uns natürlich auch. Und wir sehen hier, das ist der Weg wieder. Den wir eben zum Boss hatten. Ja, also gehen wir hier weiter. Hier einmal durch. Schnappen uns hier das Teil. Und können dann hier auch den Weg weiter fortsetzen. Kommen dann hier in diese Höhle wieder. Und gehen dann hier einmal komplett durch. Und erreichen dann hier einen neuen Bereich. Tiefen der Offenbarung. Da sind wir jetzt. Und ja Freunde, das ist ziemlich dunkel. Und auch ziemlich eklig. Auf jeden Fall einfach dem Weg geradeaus weiter folgen. Und dann seht ihr da hinten schon was leuchten. Hier könnt ihr übrigens auch einen Samen einpflanzen. Würde ich euch empfehlen. Denn jetzt gibt es ein paar Passagen, die ein bisschen eklig werden. Und wo man auch gut runterfallen kann. Außerdem bekommen wir hier den seltsamen Tagebucheintrag. Ziehen uns also hier unseren Setzling hoch. Und können dann kurz rasten, upgraden, was auch immer. Gehen dann hier die Brücke weiter durch. Schnappen uns hier noch den nächsten Gegenstand. Munitionstasche. Und gehen dann hier weiter. Also, soweit haben wir es. Hier gibt es immer so Feuer. Die könnt ihr natürlich anzünden, damit es ein bisschen heller wird zumindest. Und dann hier die Leiter runter. So, hinter der Leiter da ist dann hier noch so ein Dude. Den hauen wir erstmal um. Damit er uns nicht umhaut. Und zack, fliegt er auch gleich da runter. Und wir schnappen uns hier noch den Klumpen des Stellarium. Ja, jetzt gehen wir hier weiter. Einfach immer dem Weg folgen. Und ja, da kommen dann noch zwei, drei Gegnerchen. Und dann schnappen wir uns hier noch den Splitter. Große Delarium-Splitter. Die droppen hier teilweise manchmal. Also von hier haben wir ja die Leiter runtergegangen. Einfach hier geradeaus. Und dann rechts um die Ecke. Und ja, Freunde. Jetzt kommen wir hier in einen ziemlich abgefahrenen Bereich. Nämlich hier hin. Und da gehen wir einfach mal weiter. Und ja, hier schnappen wir uns erstmal. Hier ist so eine kleine Höhle. Könnt ihr euch schon mal merken. Da gehen wir nämlich gleich durch. Machen hier erstmal die Gegner Fresh. Und schnappen wir uns hier hinten das Teil. Zack, einmal aufheben. Wenn es nicht so backen würde. Kraftschädel. Den nehmen wir einmal mit. Und dann können wir von hier oben aus in der Welt der Toten hier rüberspringen. Und hier hinten gibt es noch ein paar leckere Sachen. Die holen wir uns. Und zwar nehmen wir einmal das hier mit. Das ist ein Schaufelkopf. Also eine Waffe quasi. Können wir natürlich mit einer Schaufel überziehen. Aber vor allem können wir noch hier hinten lang. Achtung, hier sind zwei Gegner. Macht ihr ruhig schnell Fresh. Das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Und wenn ihr das gemacht habt. Ist da drinnen natürlich noch ein Gegenstand. Den wir uns schnappen wollen. Und den holen wir uns natürlich. Einmal hier große Delarium Splitter. Das ist natürlich immer ganz lecker. Und sonst gibt es hier in der Höhle nichts. Heißt wir können natürlich hier wieder aus der Höhle raus gehen. Und jetzt können wir hier noch in dem Bereich gucken. Ob es hier noch was gibt. Das hatten wir hier hinten. Ist da noch was. Delarium gibt es hier tatsächlich in der Mine. Richtig viel mit denen ihr eure Waffen halt upgraden könnt. Denn das ist ja hier so ein Bergbau. Und hier haben sie das anscheinend abgebaut. Keine Ahnung. Auf jeden Fall schnappen wir uns das natürlich. Denn das brauchen wir ja. Und hauen hier noch ein paar Gegner weg. Ansonsten sollte es das jetzt hier in diesem oberen Bereich gewesen sein. Wir können dann hier hinten hingehen. Die Leiter nach unten schicken. Und dann die Leiter auch benutzen. Um auf dem regulären Weg wieder zu kommen. Das wäre also das gleiche wie wenn ihr durch die kleine Höhle da gegangen seid. Und da es da nichts gibt. Gehen wir also die Leiter hier runter. Macht jetzt hier in dem Bereich erstmal alle Gegner fresh. Und dann sehen wir dass hier noch ein schönes Gegenständchen drin ist. Und das schnappen wir uns natürlich. Also hier erstmal einmal durchhüpfen. An der Seite aufgepasst. Da fallen ein paar Gegner von der Decke runter. Schnappen uns aber erstmal hier das Ding. Indem wir hier um die Ecke gehen. Ja und das eben einsammeln. Kraftschädel können wir auch immer gut gebrauchen. Und ja jetzt gehen wir hier durch diese kleine Höhle. Die wir eben schon freigesprungen haben. Und da gibt es dann eben noch was schönes. Nämlich hier eine Pike. Die nehmen wir noch mit. Pike. Und dann hier aus der Höhle raus. Und nehmen wir hier links lang gehen. Einmal komplett durch. Ja. Und dann sind wir schon weiter. Also hier einmal lang. Und wir müssen ja immer noch den NPC finden für Byron Quest. Und das machen wir jetzt natürlich auch. Wir gehen jetzt einmal hier komplett durch. Machen hier erstmal alle Gegner platt. Die hier kommen. Achtung hier ist wieder so ein Giftpfeil Typ. Der sich unsichtbar macht. Haut den auf jeden Fall weg. Und schnappt euch hier rechts den großen Delarium Splitter. Ansonsten da ist er nämlich schon. Ihr seht den schon. Der ist nämlich super nervig. Und vor allem vergiftet er euch sauschnell. Und ihr könnt natürlich auch den Ring der Giftresistenz anziehen. Hilft euch vielleicht auch ein bisschen. Und ja. Dann gehen wir weiter. Hier jetzt ganz wichtig Freunde. Wieder ganz wichtig. Aufzüge sind tabu. Ihr dürft auf keinen Fall diesen Aufzug hier benutzen. Ganz wichtig, dass ihr das nicht macht. Denn Aufzüge sind tabu. Solange wir nicht die Byron Quest gelöst haben. Ihr könnt zwar hier den Hebel drücken und so weiter. Aber geht auf keinen Fall in den Aufzug rein. Das könnte nämlich dazu führen, dass Byron weiter zieht. Und wir eben ihm nicht mehr von dem Kind erzählen können. Und die Quest dann auch damit im Arsch ist. Ihr könnt natürlich einfach hier mal durchlaufen. Und auch hier runter gehen. Hier gibt es natürlich noch einen Gegenstand. Den wir auch benutzen können. Und ja. Da gehen wir natürlich hier einmal durch. Und holen uns hier hinten in der Ecke. Da ist nämlich noch was. Wir springen da nämlich hier runter. Oder gehen hier lang. Um hier unten noch einen Gegner zu finden. Den hauen wir um. Aber da hinten ist noch einer. Hier ist nämlich noch so ein Gifttyp. Und ihr seht, dass der einen Schlag macht. Und eigentlich man direkt vergiftet ist. Ja, der ist also richtig eklig. Also hauen wir den natürlich eins über mit unserer großen Keule. Und schnappen uns dann da hinten noch den Gegenstand. Seht ihr ja, der liegt dann da. Und das nehmen wir natürlich noch mit. Und aber Freunde, auf keinen Fall den Aufzug benutzen. Auf gar keinen Fall irgendeinen Aufzug hier benutzen. Bevor wir nicht die Byron Quest fertig gemacht haben. Das ist wirklich super wichtig. Sonst bekommt ihr die Trophäe nicht. Ja, dann weiter. Den Aufzug ignorieren wir. Merkt den euch aber natürlich. Weil da könnt ihr dann später einfach nochmal hochfahren. Da ist jetzt nichts Großartiges. Aber diesen Aufzug auf gar keinen Fall jetzt benutzen. Sondern erst später, Freunde. Also, weiter geht's, weiter geht's. Ich sag's nur extra oft. Denn, ähm, ja, sonst gibt's später Beschwerden. Öh, ich bin in den Aufzug reingegangen und kann die Quest nicht mehr lösen. Ja. Deswegen machen wir das hier so ein bisschen extremer, sag ich mal. Und ziehen dann erstmal weiter durch. Ja. Dann folgen wir hier dem Weg der Höhle. Und wir können uns gleich noch eine schöne heilige Quintessenz holen. Auf jeden Fall folgen wir dem erstmal. Hier hinter den Kisten ist so eine Höhle. Da, ähm, hauen wir jetzt erstmal hier diese Gargoyles platt. Und es ist auch immer so, wenn ihr die Fackeln anmacht, dann haben die da so ein bisschen Respekt davor und kommen da nicht unbedingt hin. Hier gibt's noch einen gesplitterten Speer. Und, ähm, dann können wir hier einfach weitergehen. Und jetzt kommen wir hier runter. Hier hauen wir jetzt erstmal den Typ weg, aber noch nicht die Leiter runtergehen. Hier gibt's nämlich noch einen, ja, kleinen Art Geheimgang. Nämlich, wenn wir in der Welt der Toten sind, dann können wir, ähm, ja, sehen, dass das hier später gleich noch weitergeht. Ihr seht aber auch, dass da drüben noch ein Gegenstand ist. Zuerst gehen wir aber mal hier drüben hin. Denn da ist dann wirklich nochmal ein richtig kleiner Minibereich, wo es auch die heilige Quintessenz gibt. Und springen hier rüber, dann müsst ihr das einmal ranziehen, das Teil, um dann hier rüber zu springen. Ja, dann hauen wir hier den Dud wieder um und gehen dann hier einmal unten lang. Und schnappen uns hier auf der rechten Seite die Leiter. Die klettern wir nämlich dann einmal hoch. Nehmen natürlich hier noch gerne den Gegenstand mit. Das ist auch wieder eine Spitzhacke, da dürften wir jetzt schon einige von haben. Klettern hier einmal die Leiter hoch. Und, ja, von hier aus könnt ihr dann rüber auf so eine Plattform kommen. Also von hier aus das Ding hier einmal ranziehen. Ja, hat er natürlich wieder nicht richtig anvisiert. Muss ich erstmal alle Gegner hier abziehen. Und das mache ich natürlich auch. Hau die eben um. Und den auf der gegenüberliegenden Seite, den könnt ihr ja vielleicht schon mit Wurfwaffen platt machen. Ziehen aber im Endeffekt das Teil hier ran. Das kommt dann hier rüber und da springen wir natürlich hin. Auf jeden Fall springen, weil sonst fallt ihr natürlich runter. Da ist nämlich noch eine kleine Lücke. Sieht man ein bisschen schwierig. Und, ja, dann kommt hier wieder so ein fetter Steinkopf. Den machen wir natürlich platt und auch alles andere, was hier so rumliegt. Und Achtung, nicht runterfallen. Bei mir war es richtig knapp. Ein Millimeter hat noch gefehlt. Ja, und dann sammeln wir natürlich auch noch vom Steinkopf den Loot ein. Und hier oben ist dann auch die heilige Quintessenz. Hier ist nämlich links so eine Statue. Die können wir wieder ranziehen. Diese hier. Und damit bekommen wir dann die heilige Quintessenz. Ja, optimal. Denn theoretisch, wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt und meinem Guide gefolgt seid, so rum, dann könnt ihr jetzt nämlich auch zurück in die Himmelsrast gehen und dort schon eure Tränke auf Stufe 6 upgraden. Das würde theoretisch schon gehen. Machen wir jetzt hier in dem Fall nicht. Machen wir es später. Gehen erstmal hier runter und dann wieder hier links lang, um hier quasi wieder rauszukommen. Und von hier aus können wir dann einfach einmal da rüber springen. Also einmal hier lang und hier rüber jumpen. Zack. Und dann sind wir jetzt genau da, wo wir quasi die Leiter runtergegangen wären. Also braucht ihr nicht die Leiter runtergehen, sondern wir kommen hier über den Sprung hin. Dann gehen wir hier zurück in die, ja, verlassen die Welt der Toten quasi. Und klonen uns natürlich noch den Gegenstand, den wir von da oben aus gesehen haben. Klatschen den Loot hier erstmal um. Und wie gesagt, einfach hier hinten einmal lang die Leiter hochklettern. Vorher könnt ihr natürlich noch das Teil hier einsammeln. Eine Giftheilung natürlich hier immer ganz praktisch. Aber hier eben hochklettern. Und hier oben haben wir ja noch gesehen, dass da was liegt. Deswegen nehmen wir das natürlich noch mit. Munitionstasche. Ja, wer es braucht, ist immer noch ganz praktisch. Können wir gerade im Fernkampf immer mal wieder aufladen. Die Munitionstasche ist eigentlich recht nützlich. Dann einfach weiter hier über die Brücke. Da kommen jetzt hier auch einige Gegner, die wir natürlich dann erledigen. Und entsprechend weiterziehen. Achtung, Feuermagier. Klatschen den eben um. Und dann geht es entsprechend weiter. Und ja, Freunde. Was soll ich dazu sagen? Jetzt kommen wieder zwei Gifttypen. Und die haben auch noch ein Schild. Passt da also ein bisschen auf hier in dem nächsten Abschnitt. Zieht auf jeden Fall erstmal das Schild raus von hier oben. Und versucht dann die beiden Giftbogenschützen eben platt zu machen. Ich weiß, die sind ziemlich nervig. Aber ja, hier müssen wir leider durch. Ihr seht das hier auch schon. Da ist schon mal der erste Schild. Den ziehen wir dann schon mal raus. Und dann machen wir hier die zwei Giftdudes platt. Wenn ihr das erledigt habt, gehen wir weiter und schauen noch mal, was hier unten so ist. Hier war aber jetzt nichts Special-mäßiges. Und ja, dann gucken wir hier nochmal. Gibt es hier irgendwas Schönes, was der gute Xander verpasst hat? Und nee, ist nichts dabei. Zünden wir also die Feuerfackel an. Gehen hier rüber. Und dann können wir uns hier noch ein Gegenstand einsammeln. Ist natürlich Delarium. Und dafür solltet ihr hier schon mal einige eingesammelt haben. Und könnt damit natürlich schön eure Waffen upgraden. Ja, ansonsten habe ich natürlich nochmal geschaut. Haben wir hier irgendwas verpasst? Ich sehe da jetzt tatsächlich nichts, was man uns entgehen hätte können sollte. Wie auch immer, ist es irgendwie hier sonst nichts zu holen. Wir folgen deswegen den weiteren Weg geradeaus. Einfach komplett durch. Hauen hier den Dud mal eine. Schön mit unserem Hammer in den Rücken. Und dem anderen hauen wir natürlich auch noch um. Jetzt ist hier so eine Lücke. Da können wir später die Planke freischalten. Im Endeffekt gehen wir jetzt hier in die Höhle rein, rechts. Und dann immer weiter durch. Und kommen dann hier in diesem Bereich raus. Ja, hier kommen dann wieder so komische Gargolz, nenne ich sie jetzt mal. Die wir natürlich alle erstmal umhauen. Die Höhle erstmal clearen. Da gibt es wirklich einige, 5, 6 Stück sind hier. Macht die also erstmal alle platt. Und wenn ihr das erledigt habt, dann geht ihr hier runter. Und ihr seht, da hängen noch ein paar an der Decke. Werft die ruhig irgendwie mit Wurfwaffen oder ähnlichem ab. Dann fallen die nämlich runter und können euch so nicht erschrecken. Oder von oben auf euch drauf springen. Also alles hier erledigt. Und vor allem hier unten in dem Zelt den Ring der Beweglichkeit mitgenommen. Den nehmen wir natürlich mit. Denn da gibt es was schönes. Ring der Beweglichkeit erhöht wahrscheinlich die Ausdauer. Schauen wir nochmal kurz nach. Was haben wir da? Da ist er. Und erhöht Agilität Attribut. Genau. Okay. Super. Dann verlassen wir hier die Höhle. Auf keinen Fall hier runter. Da wollte ich nur nochmal gucken, was da so abgeht. Wir gehen jetzt hier wieder hoch. Und dann hier links um die Ecke. Da geht es weiter. Da gehen wir einmal lang. Also einmal hier die Ecke durch. Und da können wir dann eben lang gehen. Erst nochmal kurz abgecheckt, ob hier noch irgendwas ist. Ist nichts. Also einmal hier durch. Und ja, Freunde. Hier gehen wir lang. Da vorne sitzt jetzt gleich wieder ein Mimic. Den müsst ihr euch nicht unbedingt holen. Könnt ihr aber. Ihr seht ja, es flackert hier schon. Da gibt es dann halt immer wieder diese ganz normalen Sachen, die eben ein Mimic gibt. Und ja, dann gehen wir im Endeffekt hier weiter. Springen dann hier rüber auf die andere Seite in der Höhle. Und dann können wir hier einmal durchgehen. Ich würde euch empfehlen, hier einen Setzling zu setzen. Damit wir hier dann gleich wieder starten können. Haben wir das erledigt, gehen wir weiter die Höhle durch. Und kommen dann hier weiter raus. Zack, gehen wir einmal durch. Und ja, hier in der Höhle ist es so, dass es hier noch so einen kleinen Geheimgang gibt. Deswegen einmal in die Welt der Toten wechseln. Und hier diese Tür aufmachen. Oder was auch immer das sein soll. Also einmal hier komplett durch. Und dann sehen wir, da hinten leuchtet schon eine Statue. Die holen wir uns natürlich. Ziehen die einmal raus. Und schnappen uns hier den Gegenstand. Anhänger der Verbannung. Und ja, da können wir uns den natürlich einmal anschauen, was das ist. Es ist aber, glaube ich, nichts Großartiges. Schauen wir nochmal rein. So, Anhänger der Verkümmerung. So heißt er. Und ja, was macht der Schönes? Umbral-Magie ist ein Mana. Also ist ein Zauberer-Ring auf jeden Fall. Das kann ich euch schon mal sagen. Lest euch das gut durch. Und dann gehen wir hier weiter runter. Einfach runterfallen lassen. Gar kein Thema. Denn dann kommen wir hier wieder raus. Und hier sind natürlich noch ein paar Dudes. Die machen wir einmal fresh. Und dann können wir nämlich hier die Planke oder die Brücke runterstoßen. um diese Abkürzung hier freizuschalten. Und da sind wir dann wieder auf der anderen Seite, wo wir eigentlich durch die Höhle gegangen sind. Jetzt aber nochmal kurz zurück. Weil ganz wichtig, hier unten lang gehen. Da versteckt sich nämlich die gute Winterberry. Und genau die wollten wir ja hier unbedingt in diesem Video finden. Damit wir Brian's oder diese Quest von ihm eben abschließen können. Ich nenne jetzt einfach mal Brian. So heißt er jetzt. Und dann gehen wir hier einmal komplett durch. Ja, und hier ganz am Ende finden wir eben Winterberry. Und ja, da erfahren wir dann, dass sie eben diese Anhänger sich genommen hat. Beziehungsweise getauscht hat. Und ja, sie wird ihn auch nicht hergeben. Ihr könnt aber hier schon einige Ringe und einiges anderes kaufen. Wichtig ist jetzt tatsächlich, dass ihr hier vielleicht sogar ein Setzling setzt. So habe ich das gemacht. Und dann erstmal zurückkehrt zu Byron. Und eben hier quasi ein Setzling hinhaut. Das könnt ihr gleich hier rechts um die Ecke machen. Und dann einmal zurück zu Byron. Und ihm quasi erzählen davon, was mit dem Anhänger passiert ist. Und er findet es dann krass, dass so ein kleines Mädchen hier in so einer Höhle haust. Und bla bla bla. Und theoretisch könnt ihr dann ab jetzt, wenn ihr Byron die ganze Story erzählt habt. Also einmal hier zurück zum Lastenaufzug. Ab jetzt, wenn ihr Byron das alles erzählt habt. Könnt ihr eben auch wieder Aufzüge nutzen, Freunde. Unglaublich, aber wahr. Ihr könnt wieder Aufzüge nutzen. Also einmal hier Byron die Story kurz erzählen. Und dann funktioniert das Ganze. Sobald ihr jetzt einen Aufzug nutzt, kann Byron nämlich weitergehen. Und wir gehen jetzt hier auch weiter. Nämlich genau in der Höhle, wo wir eben aufgehört haben und zu Winterberry abgebogen sind. Gehen dann hier einfach weiter durch. Hier kommt nämlich schon der erste Gegner. Und dann schnappen wir uns das kleine Delarium. So. Und Freunde, wenn ihr die komplette Byron Quest nochmal durchgehen wollt, bevor ihr den Abschnitt hier macht. Die gibt es natürlich auch im Kanal. Als Einzelquest rausgeschnitten. Und da könnt ihr das natürlich euch nochmal genau angucken, was es zu beachten gibt. Und den genauen Weg zu Winterberry. Auf jeden Fall kommen wir hier raus. Gehen erstmal hier rüber in diese Höhle. Da sind ein massiger Bergarbeiter. Haut die also erstmal alle um und sammelt dann hier die ganzen Sachen ein. Delarium Brocken ist natürlich mega gut. Damit könnt ihr eure Waffe richtig hart upgraden. Und dann nehmen wir hier noch die ganzen Sachen mit. Spitzhacke. Hier gibt es noch eine Rune. Dann gibt es hier hinten noch eine Granate. Also dieser Raum hat sich mal richtig gelohnt. Und der ist eben ja gleich hier auf der rechten Seite, wenn ihr in diesen neuen Bereich reinkommt. Und jetzt gehen wir erst hier über die Brücke. Und hier über der Brücke ist es so, dass wir natürlich hier noch ein bisschen Energie einsammeln. Aber da so ein Fettsack kommt. Und den hauen wir natürlich einmal um. Und ja, dann haben wir das hier erledigt. Und können dann jetzt natürlich über die Brücke rüber gehen. Ja, wie ihr seht, hat er mich auch einmal umgeklatscht, weil meine Tränke einfach leer waren. Und ja, aber jetzt habe ich es ihm zurück heimgezahlt. Und dann können wir natürlich hier weiter. Hier rechts war also die Höhle. Und hier gehen wir jetzt über die Brücke. Ganz wichtig, hier links nochmal lang gehen. Und da den Gegenstand holen. Der gute Ockel Xander hat natürlich nochmal gecheckt, ob es hier irgendwas anderes gibt. Gab es aber nicht. Deswegen einfach hier runter aufheben. Und bekommen hier die verbesserte, verlorene Granate. Ja, Freunde. Und das ist eine richtige Granate. Die können wir auf jeden Fall mal ab und zu benutzen. Checkt das mal ab. Und jetzt sind wir eigentlich wieder auf der anderen Seite, wo quasi die Tür aufgegangen ist. Da ist jetzt noch der nächste Fettsack. Bevor wir uns an den aber dran machen, machen wir erstmal hier alle Fernkämpfer platt. Diese Armbrustschützen, die uns hier ein bisschen bedrängen und ziemlich nervig sind. Den Fettsack könnt ihr dann theoretisch einfach hier auf die Brücke locken. Ziemlich easy. Ihr könnt den jetzt natürlich da runter werfen. Das wollen wir aber nicht, weil wir ja seinen Loot wollen. Deswegen rennen wir hier ganz schnell wieder hoch. Und während er noch da unten ist, gibt es eine mit dem Hammer. 2500 Schaden und schnell nochmal eine Runde gelaufen. Von oben runter gesprungen und gibt es direkt nochmal eine. Und ja, dann ist er natürlich auch schon weg. Zwei Schläge und raus aus dem Game ist er. Und wir können den dann natürlich auch noch looten. Ja, und dann gehen wir weiter. Ihr seht, da oben ist noch ein Armbrustschütze. Da müssen wir gleich auch unbedingt noch hin. Bei mir hang ich jetzt hier schon wieder an der Wand fest. Keine Ahnung warum. Aber ich konnte mich zum Glück irgendwie befreien aus dem Fängen des Grafik-Bugs. Und habe mir hier hinten das Teil geschnappt. Der reguläre Weg ist eigentlich jetzt die Leiter darunter. Wir gehen aber hier zurück einmal. Denn wir wollen ja da oben noch den Armbrustschützen platt machen. Und vor allem gibt es hier natürlich noch was. Also hauen wir den einmal um. Der hängt auch hier irgendwie in der Luft fest. Keine Ahnung. Kriegt er halt mal einen Hammerschlag. Nehmen uns hier den Wurfspereimer mit. Und dann können wir hier wieder die Leiter runterklettern. Und hier unten gibt es dann noch so eine Statue, die wir uns natürlich ranziehen und mitnehmen. So, gehen wir einmal hier durch und hier lang. Und ihr seht, da hinten ist das ziemlich gut versteckt. Da ist es nämlich. Und ziehen das hier einmal raus. Zack. Und was bekommen wir da schönes? Ja, so ein Katalyst von Lord Bericus. Ja, das ist natürlich ganz schön. Das nehmen wir natürlich mit. Für alle Zauberer sollte das eine schöne Sache sein. Und jetzt gehen wir eben den Hauptweg entlang weiter. Klettern hier die Leiter runter. Und Freunde, wir haben es fast geschafft. Ich sag euch, wir sind fast am Ende. Wir müssen jetzt nur noch hier quasi dem Gang folgen. Aber es gibt natürlich noch ein paar Sachen zu holen. Machen hier natürlich erstmal alle Gegner platt. Und nehmen hier am Ende des Gangs auf jeden Fall die Truhe mit. Die hat sich da nämlich in den Kisten versteckt. Die machen wir natürlich einmal auf. Und schnappen uns hier noch ein paar schöne Sachen. Finger des Todes. Armbrust gibt es da. Die ist anscheinend ziemlich gut. Ja, für mich jetzt nicht interessant. Aber hier auf jeden Fall die Leiter runter. Und hier unten angekommen. Natürlich noch ein paar Schergen umgehauen. Und das machen wir jetzt. Zack, ein paar Dudes platt gemacht. Und hier unten könnt ihr dann natürlich noch ein bisschen was einsammeln. Nämlich da drüben gibt es noch ein Delarium mit Sicherheit. Hier in der Bergbaumine. Na klar, was soll es sonst sein? Und dann gehen wir hier die nächste Leiter nach unten. Ihr könnt natürlich auch immer von hier oben auf die Gegner drauf springen. Und einen Todesschlag machen. Wichtig ist, dass ihr im nächsten Bereich erstmal die Schilder deaktiviert von den Gegnern. Und dann könnt ihr hier einfach runter springen. Und die weg klatschen. Ja, Freunde. Dann haben wir es schon wirklich fast geschafft. So. Wir gehen jetzt hier in dem unteren Bereich weiter. Und gehen dann hier nämlich noch die nächste Leiter nach unten. Und dann kommt gleich der nächste Checkpoint. Aber eine Sache müssen wir natürlich noch erledigen, bevor wir hier die Komplettlösung ordentlich abschließen können. Wir gehen nämlich einmal hier runter, schnappen uns den Checkpoint und den Gegenstand, den es da hinten gibt. Und Freunde, dann müssen wir natürlich noch was machen. Ihr könnt jetzt theoretisch erstmal euch upgraden und so weiter. Vor allem nehmen wir hier hinten noch die Salze mit. Und diesen Checkpoint ist auch der Ort, an dem wir bei der nächsten Komplettlösung weitermachen. Aber bevor wir jetzt hier aufhören, ist es wichtig, dass ihr auf jeden Fall nochmal entweder erstmal in die Himmelsrast geht, um eure Tränke abzugraden. Danach aber unbedingt nochmal den Sonnenschlüssel benutzen. Und das können wir ja jetzt. Wir haben den ja jetzt gefunden und den sollten wir nicht vergessen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal in die Himmelsrast, graden uns hier ab, erhöhen nochmal kurz unsere Tränke auf 6. Und wenn ihr alles richtig gemacht habt, dürftet ihr jetzt hier drei heilige Quintessenz noch im Gepäck haben. Und das macht auch Sinn, denn wir erhöhen die jetzt hier einmal die Tränke auf Stufe 6. Und dann können wir hier ganz am Anfang in die Mine wieder gehen. Überreste der vermummten Antuli. Und von dort aus können wir ja die Tür öffnen, die quasi mit dem Sonnenschlüssel geöffnet wurde. Das ist hier hinten, da können wir einmal durchgehen. Natürlich ist es bei mir in dem Bereich wieder abgestürzt. Keine Ahnung, was da los ist. Aber hier gehen wir weiter, gehen einmal die Leiter nach unten. Und hier gibt es eben noch ein paar coole Sachen zu holen. Ist ein kleiner Abschnitt. Hier hinten liegt noch was, nehmt es auf jeden Fall mit. Aber der Abschnitt lohnt sich auch richtig, denn hier können wir jetzt erstmal rechts nach unten gehen. Und von hier aus ergibt das Ganze dann auch einen Sinn. Denn hier sind wir jetzt auf der Seite, wo wir quasi von der brennenden Stadt zuvor sehen konnten, dass da noch was war. Ihr erinnert euch mit Sicherheit dran. Und hier gehen wir jetzt einmal weiter. Hier hinten liegt auf jeden Fall noch was. Schnappt euch das hier in der Ecke. Das können wir einmal noch hier mitnehmen. Gegenstand einsammeln. Und ja, wie ihr seht, sind wir jetzt hier genau hier oben, wo wir eben vorher diesen Bereich gesehen hatten, aber nicht hin konnten. Weil da irgendwie noch die Planke noch nicht unten war. Und das können wir jetzt machen. Wir gehen also einmal hier lang. Achtung, da kommt wieder so ein Fettsack. Den machen wir natürlich schnell einmal platt. Ich mache den immer ganz gerne mit Wurfwaffen. Ist eigentlich dann super easy. Da kann er nämlich eigentlich gar nichts machen. Und ja, das machen wir eben schnell. Hauen den Dicken hier um. Und dann können wir da runter an den Baum gehen. Und da gibt es eben noch eine heilige Quintessence. Also einmal den Dude hier weghauen, wenn das gerade ganz gut funktioniert. Und dann einmal hier weiter gehen. Und hier können wir eben die Planke freischalten. Hier unten am Baum. Das geht hier hinten. Die können wir jetzt hier runter stoßen. Und sind dann direkt in dem Bereich, wo wir dann eben vorher waren. Ja, das ist eine Abkürzung. Ich weiß nicht, was die jetzt unbedingt bringen soll. Wer will schon dahin zurück? Auf jeden Fall gehen wir jetzt in die Welt der Toten. Und da kommt dann wieder so ein Steinkopf. Den hauen wir natürlich erstmal um. Schnappen uns seinen Loot. Und danach unbedingt hier an den Baum gehen. Die Statue hier rausziehen. Und die heilige Quintessenz schnappen. Ja, Freunde. Und jetzt habt ihr natürlich, wenn ihr alles richtig gemacht habt. Könnt ihr jetzt nochmal eure Tränke upgraden. Und so dann quasi 6 plus 1 haben. Geht hier unten auf jeden Fall auch in die Welt. Der Menschen zurück. Also die Totenwelt verlassen. Gehen dann wieder hier hoch. Und jetzt müssen wir natürlich noch hier einmal lang. Da kommt jetzt so ein Feuermagier. Macht den am besten aus der Ferne platt. Oder haut ihn um. Wie auch immer. Auf jeden Fall hier erstmal alle Gegner besiegen. Und dann geht es hier direkt weiter. Hier kommen auch noch ein paar Hunde. Also ziemlich nervig. Und ja, vor allem diese Feuermagier. Die gehen uns schon hart auf die Eier. Auf jeden Fall erledigen wir das. Und ich mache das, wie gesagt, immer ganz gerne mit Fernkampfwaffen. Und dann gehen wir hier einmal komplett durch. Kommen dann hier in so einen kleinen Teil der Stadt. Auch ein brennender Teil der Stadt. Gehen dann hier rechts einmal lang durch den kurzen Gang. Und hier hinten auf dem Balkon. Da liegt eben noch was. Schnappt euch das. Nehmt das mit. Und dann ziehen wir hier durch. Und hier in der Lava ist auch noch was. Da könnt ihr einfach schnell reingehen. Euch das holen. Wieder raus. Und dann hier links um die Ecke. Da ist dann hier so ein Dude. Den wir ja schon als Boss kannten. Den klatschen wir natürlich schnell mal um. Der Boss war ja auch nicht sonderlich schwer. Also ist das eher auch nicht. Hauen den um. Schnappen uns sein Loot. Und hier an dem Ofen liegt eben noch ein paar Gegenstände. Die sammeln wir hier alle ein. Und dann gehen wir weiter. Hier links über die Brücke drüber. Dann hauen wir hier noch den Kollegen um. Und sind dann quasi fast am Ziel, Freunde. Nämlich einmal hier die Treppe hoch. Und dann hier nochmal links entlang den Turm hoch. Und hier den Kollegen eins in den Rücken hauen. Zack, dann ist er weg. Und kann auch nicht mit seiner Feuerarmbrust schießen. Dann nehmen wir hier noch die Munitionstasche mit. Und was hier sonst noch so rumliegt. Und dann können wir nämlich hier unten auch noch eine Abkürzung freischalten. Was auch immer das bewirken soll. Also das habe ich noch nicht herausgefunden. Warum man da jetzt eine Abkürzung braucht. Macht für mich gar keinen Sinn. Weil in dem Bereich müssen wir eigentlich gar nicht mehr zurück. Aber wir machen es trotzdem. Machen hier die Leiter runter. Und hier können wir dann die Tür aufmachen. Dann geht es die Leiter wieder hoch. Sind da eben wieder in einem alten Bereich, wo wir eh schon alles weggelootet haben. Gehen also die Leiter wieder hoch. Und dann gehen wir hier rüber. Hier können wir noch den Hund platt machen. Und jetzt haben wir den Bereich eigentlich schon komplett gelootet, Freunde. Im Endeffekt können wir jetzt wieder zurück zur Himmelsrast gehen. Hier ist jetzt erstmal alles erledigt. Ich habe noch ein bisschen rumgeschaut. Aber wirklich sonst nichts mehr gefunden. Einmal komplett zurück. Leiter hochklettern. Und zum Checkpoint Himmelsrast. Ja, Freunde. Und damit sind wir jetzt fertig mit der Komplettlösung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf jeden Fall schon mal. Der nächste Teil ist schon in Arbeit. Mal schauen, wie schnell ich das schaffe. Je nachdem, wie oft das Game noch abstürzt. Auf jeden Fall wird es das dann bald wieder geben. Also unbedingt Däumchen hoch. Und Abo dalassen. Wenn ihr die nächste Folge nicht verpassen wollt. Klickt auch auf jeden Fall mal auf die Glocke. Dann bekommt ihr nämlich eine Benachrichtigung. Alles natürlich völlig kostenlos. Also scheut euch nicht den Daumen zu pushen. Dann hören wir uns auch beim nächsten Mal, Freunde. Und ich sage bis dann. Macht's gut. Adios. Und ciao, ciao. Vergesst nicht, eure Tränke abzugraden, Freunde. Bis dann. Macht's gut. Tschüssi. protrusion vertrete你是 im Torn. Ich glaube da, bitte in Habits schon mal hier bin. Wie schon wieder samples macaroni ge Damn. Hier ist ein Talon.